Freestyle mit MC Torch, B-Boy Storm und DJ Style Wars und wir waren in Frankfurt auf der Ruff'n'Roll Label Party und haben ein bisschen rumgeguckt und haben ein Specialer gedreht. Außerdem haben wir heute unsere Zulu-Schwester Koraí aus Heidelberg hier im Studio mit Marius Number One aus Hamburg, die stellen ihre neue 12-Inch vor und sowieso ist die Sendung heute voller Frauen, endlich mal, ne Menge Videos. Hey, ladies in the place, I'm calling out to ya. I never was a city kid, drew a answer to one. More to me than you'll ever know. And I got more hits than Star R-O-O. Top pushpin' on top full of D. Women on TV with the help of Chuck Waller E. Words flowin' out just like the Grand Canyon. And I'm always out lookin' for a female. I bang your ass around the doors, wanna drag it to the crib. Star Foxin', come on, bitch. Feelin' and dealin', I make a little bit of a spin. I bring it back to the place, I'm dressed up, feelin'. Your body's on time and your mind is appealin'. Stayin' at the cracks, I've been up on a ceiling. Such and such, you'll be amazed that I'm doin'. I'm talkin' to the girl, tellin' her I'm all knowin'. She's talkin' to the kid, to the kid, to the kid, to the kid. I'm tellin' her every lie that you'll know that I never did. Hey, ladies. Yes, fuck it. All the ladies in the house. The ladies, the ladies. Well, it's me. In the corner. With a girl, look, you got her. I dropped my drawers. Said, well, in that car. Who's cuttin' off the rug? She started cuttin' off the coffee. In my apartment. Oh, fair the world. Please stop it. They give me some cash. It's the gift that I have. And that girl ain't nothin' but a crack. Yeah, she get it all. Stupid. Yeah. And when I say stupid, I mean stupid. Cause I'm not a date that's a deed. I dropped you in charge. I'm not a date that I'm not a bitch. I'm not a date that I'm not a bitch. I'm not a wife that's a dude. I'm not a wife that's a dude. I'm not a wife that's a kid. I'm not a wife that's a kid. I made a little cutie. She was all hooked up on shootie. I left a little cutie, but I couldn't make it a booty. Cause I don't gotta go for that messin' around. You'll be listenin' to my record dating if I want a sound. Just step to the wrist up. Step to the right. I got an open mouth, so watch your own kid inside. So the engine is up to a tune that fly. Always fuck like beast to a hive. Hey, ladies. Funk, yeah. Hey, the fucker, now. Hey, the fucker, now. You know that. She gotta go, too. You know she's hardcore. She'll show you a good time, then she'll show you the door. Rock it with your girl. It ended in tears. Bitch, a bad girl going down right here. Go lay in the middle of the night when I'm drinkin'. My phone words on the corner, it's dead, and it's stinking. Said, come on over here, we spin it, it's your best. I threw the touch that door with no doors. You know what comes in. Your old lady left you, and you went insane. You put yourself up in the back of ground extreme. Take my advice at any price. A gorilla like your mother is mighty weak, and Suck it down right until it didn't know. Walk up in the morning with the ones on hold. Cause I now. I like girls about. With the weight, the pain. About a power, but out. Girls enjoy it. Big long locks. And beatin' it. Too just right now. Walkin' I and play like she's number one. She thinks she's the passionate one. Hey, ladies! Get the funky! Get the funky! I like that polyesterlochka. You know I really love to do your hands anytime. Get the funky, brother! Das waren die Beastie Boys. Die Beastie Boys waren früher auf Def Jam, wie auch Nicki D, die wir jetzt zeigen werden. Wir haben lange nichts von ihr gehört. Trotzdem das erste Female Video für heute. Nicki D. Sayonara Die Beastie Boys Die Beastie Boys Die Beastie Boys granted em build, projekte Tom Metier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die wissen es halt. Es fällt mir ziemlich schwer, Cora Sachen zu fragen, die ich sowieso schon weiß. Und deshalb fang jetzt einfach mal an zu erzählen, wie du angefangen hast. Womit habe ich angefangen? Wie ich mit Hip-Hop angefangen habe? Die alte Geschichte meinst du? Ich weiß, es war irgendwann vor zehn Jahren, hat irgendwas mit irgendeinem Graffiti angefangen an der Ostseerhalle. Da ging es mir noch bis hier. Und ich weiß es gar nicht mehr, es ist so verdammt lang her, es ist alles so übergegangen. Irgendwann kam Breakdance, irgendwann kam Rap, ich habe alles probiert. Ich habe gemerkt, dass ich nicht so der Graffiti-Stylist bin und auch nicht so der Breaker. Jetzt mal ohne anzugeben, Cora hat sogar einen Breakdance-Wertbewerb in der Ostseehalle gewonnen. Und das erste Graffiti, das sie gemacht hat, war ein Marios Bild. Allerdings kein Marios Number One Bild, aber das ist ja egal. Ja, ich bin dann irgendwann nach Amerika, weil ich das Glück hatte, Tila Rock kennenzulernen. Bei einer seiner Konzerte in Hamburg. Er hat mich eingeladen und ich habe da so ein bisschen reinschauen können in das Hip-Hop-Geschehen in New York. War ziemlich enttäuscht, bin dann zurückgekommen nach Deutschland. Hab versucht, ich kann irgendwas ändern, dass es hier nicht so abgeht wie da. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas geschafft habe, ob ich irgendwas erreicht habe. Dann ging die Tramper-Ticket-Zeit los, oder? Die Tramper-Ticket-Zeit. Ja, wir haben Tramper-Tickets gehabt. Die ersten Connections, die ich hatte, waren damals nach Gießen, über die Gießener, nach Paris zu Gorky und Gore. Das waren so die ersten Graffiti-Leute, also die ersten Leute, die ich kennengelernt habe, waren alles Graffiti-Writer. Und man kann sagen, ich bin über Graffiti überhaupt zum Hip-Hop gekommen. Das war mein Einstieg. Das ist der Sound von Marius' Number One aus Hamburg, mein DJ. Und das ist Chora E. auf Halbberg, mit der vollen Kontrolle. 1, 2. Das Luftgefühl hat Strom, also geh ich mit dem Strom. Ein neuer Hit, wenn ich was mach, das schon. Idealismus brachte guten Einfluss zum Fließen und war der Grund, dass meine Anstöße anstießen. Nun steh ich da, immer noch mit vollen Händen. Frage mich, wo soll das händen, wenn man's schon hat, für mich im Radio zu senden. Denn durch die überregionale Frequenz hat die Zahl meiner Hörer steigende Trend. Denn's doch Fans zu kriegen waren meine Anliegen nie. Und ich habe meine Lieder nicht geschrieben, um sie in den Hitparaden zu platzieren. Und gehöre nicht zu denen, die kommen, kassieren und ihren Erfolg nur, Komik und Scherz verdanken. Somit blieb mein Name unbekannt auf den Commerzbanken. Ich sage, was ich meine und ich meine, was ich sage in Form von Reimen. Und gebrauche dazu keine mir nicht bekannten Ausdrücke, um mich auszudrücken. Wir hatten keine Sackfüller zum Überbrücken. Die weiße Sendes Wort spielt bei mir die wahre wirklich große Rolle. Und ich habe volle Kontrolle und ich habe volle Kontrolle. Mein Reim leidet nicht darunter, wenn ich in den Sinn unterordne Marius, Number One, ein Mann, ein Beat, Chora, eh eine Frau Ein Wort, das ich hielt und niemals breche Ja, ich halt, was ich verspreche Somit füll ich die Erwartungen und die Tanzfläche Hier ist die Frau, die nicht denkt, dass sie denkt Sondern weiß, weil sie nachdenkt, wodurch man ihr Glauben schenkt Man sagt, ich überschreite meine Grenzen manchmal gut Denn nur so wird man international Ich achte writer, beachte weiter nicht in treu Und war meinem B-Boy fünf Jahre lang treu Und alles andere bleibt, wenn auch das eine fehlt Da ich stets am bester Freund war und nur das zählt Ja, ich geh den Weg geradeaus, werd nicht abbiegen Bevor ich allein gesammelt hab, die auf der Strecke liegen blieben Ich geh bis zum Schluss, koste es was es wolle Und hab die volle Kontrolle 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 Ich hab die volle Kontrolle 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 Und verdien Respekt durch die Nation Zulu Cora die Zulu Queen Wie viel Kritik, dann ist es konstruktiver Ich bekam nach meinem Debüt und jedem Gegner positive Hier ist Style, der prägt Vorurteile widerlegt Den ein guter DJ auf und nicht einlegt Cora eh auf deinem CD-Player ist okay Doch nix Nix Gegen Cora Auf Technik Ein, zwei, drei Und reiß ich runden Groove Den kein Studio schuf Und so entstand der Ruf Dass wenn ich live zum Mikrofon greif immer Genauso komm wie aus der Box in deinem Wohnzimmer Dass ich mein Handel mit dem Deck, was in meinem Rand steckt Ist meine Unterschrift, kein Autogramm, sondern ein Cora-Tag Und dieser Schriftzug für Zug ist der Tribut, den ich mir zolle Und ich hab volle Kontrolle Kontrolle Ich hab die volle Kontrolle Kontrolle Das war Kora E live, Kora herzu. Als ich angefangen habe damals, als wir auf die Jams gefahren sind, da warst du schon auf der Bühne. Da standst du schon auf der Bühne und wir haben hochgeguckt. Was hat sich für dich verändert, seitdem die ganze Sache mit den Platten draußen ist und so? Du hast jetzt zwei Platten draußen, was hat sich für dich verändert, also Hip-Hop-mäßig oder so, Feeling-mäßig? Also das Feeling auf der Bühne hat sich gar nicht verändert, ist immer noch das gleiche. Wird auch hoffentlich immer das gleiche bleiben. Ich habe vor einem Jahr meine erste Maxi rausgebracht. Damals habe ich überhaupt noch keine schlechten Kritiken bekommen. Es war immer nur alles toll in jeder Zeitung, war alles prima. Jetzt fangen die Leute an, auch negativ zu kritiken. Klar, können sie auch, kein Problem. Ich meine, jeder kann seine Meinung sagen. Und das Problem ist, dass ich meine Meinung auch sage auf der neuen Platte. Und ich denke, die Leute, die nicht meiner Meinung sind, brauchen sich die Platte nicht anzuhören. Oder sollten sie vielleicht gerade die Platte anhören? Weil ich sage, was ich denke. Und all die schlechten Kritiken, klar, die gehen mich natürlich schon irgendwie an und berühren mich irgendwie. Nur finde ich sie teilweise nicht gerechtfertigt. Wenn man zum Beispiel rumgeht und sagt, ich wäre arrogant, dann weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll. Weil ich eigentlich immer probiere, so zu sein, wie ich bin und eigentlich gar keinen Bock habe, mich zu verstellen. Ich meine, das Problem ist halt, seitdem ich nicht mehr mit Storm befreundet bin, merke ich so richtig, dass ich ein Mädchen bin. Mädchen sind arrogant, wenn sie ein bisschen cool sind, vielleicht, und man nicht so Bock haben zu reden. Jungs sind dann eher die coolen. Mädchen sind arrogant. Wenn Mädchen laut reden und sagen, was sie denken, sind sie bissig oder hysterisch. Männer sind dann hardcore. Ich meine, das ist schon ein Problem, aber ich werde das bekämpfen, denke ich irgendwie. Korl, du bist das erste Mädchen bei uns in der Sendung. Und irgendwie kennt wahrscheinlich auch nicht sehr viele Leute, andere Mädels im Hip-Hop, so deutschlandmäßig. Was mit den ganzen anderen Mädels? Ja, ich bin das erste Mädchen. Ich hoffe, ich bin nicht das letzte Mädchen hier. Es gibt eine Menge Mädchen, die eine Menge Sachen machen. Zum Beispiel in Berlin, Belma, Nadine, zwei B-Girls. Zora und Zora, Schweiz, Berlin, Graffiti, Sprüherin, es gibt massig. Ich hoffe, die kommen alle noch her und erzählen ein bisschen was. Ich bin nicht die Einzige, es gibt ganz viele noch. We got some non-believers out there. Zora, 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 Zora. Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 ZDF, 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 2020